Ich pendelte damals, ich war junger Doktor, Gerichtsreferendar, und ich sollte dann kurz darauf meinen Assessorexamen machen. Das habe ich dann auch noch im Mai oder Juni 1933 als Jude ablegen dürfen, im Kammergericht in Berlin, und vielmehr sogar in die mündliche Prüfung in der Wilhelmstraße im Ministerium. Ich habe sogar mit Befriedigung bestanden, die Richter, auch die Kollegen waren sehr anständig, nobel. Es saß einer dann, der Staatssekretär im Ministerium, und schaute mich mit ganz bösen Blicken an und schickte mir dann unmittelbar drauf, das sind die Folgen des 13. Januar, bereits dann die Mitteilung, dass ich als Jude nun aus dem Staatsdienst entlassen sei, obwohl ich das Examen bestanden hatte. Dieser Schrieb ist vorhanden. Wir haben ihn auch in Ausstellungen über mein Leben mehrfach gezeigt. Die Unterschrift trägt einen bekannten Namen, nämlich Roland Freisler, der spätere fürchterliche Präsident des Volksgerichtshofs, des mörderischen Gerichtshofs. Ich pendelte damals politisch zwischen der KPD und der SPD, wenn man so will, links von der KPD, rechts von der SPD, parteimäßig nicht gebunden. Ich sah, was geschehen war, und wir gingen am Abend mit einigen Freunden in die Rheinlandhalle. Am 13. Januar. Die war mäßig gefüllt, von den Kommunisten war eine Veranstaltung einberufen worden, eine Art Reaktion auf die Ereignisse. Mäßig gefüllt, aber immerhin die Treuen waren da. Ein Reichsabgeordneter aus Berlin war gekommen, Werner Hirsch, ein Jude, den man später totgeschlagen hat. Und er erklärte den mutlosen Leuten, sollen die ruhig doch mal abwirtschaften, und dann kommen wir, geballte Faust. Wir sind dann sehr deprimiert nach Hause gegangen, denn eines war sicher, dass sie abwirtschaften würden, war möglich. Dass die geballte Faust dann kommen würde, das war vollkommen ausgeschlossen. Ich kann das zusammenfassen, den Bericht, über das damalige Gespräch mit Hans-Werner Richter. Wir alle hatten gespürt, hier ist eine Wende. Aber niemand hat ahnen können, dass es der Schicksalstag des ganzen Jahrhunderts sein würde.